Die meisten kommen her, weil sie glauben, hier seien sie sicher. Schlimme Sachen geschehen überall. Ganz besonders hier. Aber man kann nicht immer fröhlich sein. Das stimmt mit Eriot nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit diesem Ort hier. Sie sind in meinem Kopf. Sie haben aber eine lebhafte Fantasie. Wie der gute alte WD-Höchstpersön. Daddy, ich will nach Hause. Wir können sie zerstören. Von innen heraus. Das Beste. Das Beste.